So, ich bin jetzt in Kronk angekommen. Bin jetzt auf der Suche nach meiner Giet. Und wow, ich habe heute das erste Mal Roadrunning ausprobiert, nachdem ich sehr motiviert gewesen bin. Bin echt gut platt. Das Wetter ist so total dazwischen. Das Schiff die ganze Zeit. Das war ein mega Abstieg, jetzt 300 Meter Schlamm, Schmodder, blablabla. Aber jetzt hat sich das gelohnt, das ist eine mega geile Altstadt. Und heute Abend gibt es irgendwie in der Kirche noch ein Konzert, aber ich weiß nicht so ganz genau, ob ich da noch hingehen will. Jetzt suche ich erstmal meine Giet. Ich denke, das ist ein Konzert. Ich finde, das ist ein Konzert. Und es sind ja auch möchte, das hat ein Konzert. Es ist, wenn es nicht so ganz ge hết. Und es war ein Konzert und wurde es einfach.